Die sieben Siegel der Apokalypse sind ein Symbol aus der christlichen Tradition, das in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament der Bibel erwähnt wird. Sie repräsentieren eine Abfolge von Ereignissen, die das Ende der Welt und das Gericht Gottes ankündigen sollen. Jedes Siegel steht für eine bestimmte Katastrophe oder ein bestimmtes Ereignis, das während der Endzeit eintreten wird. Das erste Siegel, das weiße Pferd, ein Reiter auf einem weißen Pferd, oft als Symbol für den Sieg oder den Triumph, wird freigelassen und reitet über die Erde. Einige Interpretationen deuten darauf hin, dass dies das Kommen des Antichristen oder den Beginn eines neuen Zeitalters symbolisiert. Das weiße Pferd, Sieg oder Triumph, Dies könnte in unserer heutigen Zeit den Aufstieg von charismatischen Führern oder Ideologien darstellen, die eine Illusion des Triumphs und der Hoffnung verbreiten, aber in Wirklichkeit Manipulation und Kontrolle fördern. Dies könnte sich in politischen Bewegungen manifestieren, die mit nationalistischer Rhetorik und Versprechungen der Wiederherstellung vergangener Größe an die Macht gelangen, während sie gleichzeitig Spaltung und Fremdenfeindlichkeit fördern. Diese Führer könnten eine falsche Aura des Sieges und der Erneuerung verkörpern, während sie tatsächlich demokratische Institutionen untergraben und autoritäre Praktiken einführen. Ihre Herrschaft könnte eine Zeit der Unsicherheit und der Verfolgung für diejenigen bedeuten, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen, während die Gesellschaft in eine düstere Zukunft der Unterdrückung und des moralischen Verfalls stolpert. Das zweite Siegel, das rote Pferd. Ein weiterer Reiter, diesmal auf einem roten Pferd, wird freigelassen. Dieser Reiter repräsentiert oft Krieg und Blutvergießen. Es könnte auf Konflikte und Zerstörung in der Endzeit hinweisen. Das rote Pferd, Krieg und Blutvergießen. Dies könnte in unserer heutigen Zeit die anhaltenden Konflikte und das Blutvergießen symbolisieren, die die Welt überziehen. Wir sehen eine Zunahme von terroristischen Aktivitäten, Bürgerkriegen und territorialen Konflikten, die unzählige Menschenleben fordern und ganze Regionen destabilisieren. Der rote Reiter könnte auch die zunehmende Militarisierung und Aufrüstung repräsentieren, während sich geopolitische Spannungen verschärfen und die Gefahr eines globalen Konflikts steigt. In vielen Teilen der Welt erleben die Menschen das Grauen des Krieges aus erster Hand, während sie um ihr Überleben kämpfen und ihre Gemeinschaften zerstört sehen. Die rote Flut des Blutes überschwemmt die Erde und das Dröhnen der Schlacht erfüllt die Luft, während die Menschheit in einen Abgrund der Gewalt und des Leids stürzt, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Das dritte Siegel. Das schwarze Pferd. Ein dritter Reiter. Auf einem schwarzen Pferd erscheint und hält eine Waage in der Hand. Dies wird oft als Symbol für Hungersnot und wirtschaftliche Instabilität interpretiert, da die Waage auf Lebensmittelknappheit und Ungerechtigkeit hinweisen könnte. Das schwarze Pferd. Hungersnot und wirtschaftliche Instabilität. Dies könnte in unserer heutigen Zeit die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und die zunehmende wirtschaftliche Instabilität symbolisieren. Wir sehen eine Welt, in der eine kleine Elite immer reicher wird, während die Mehrheit der Menschen in Armut und Unsicherheit lebt. Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Konzentration von Reichtum in den Händen weniger haben zu einer Situation geführt, in der Millionen von Menschen keinen Zugang zu angemessener Ernährung, Bildung oder Gesundheitsversorgung haben. Die Kosten für grundlegende Bedürfnisse steigen, während die Löhne stagnieren und die soziale Mobilität stagniert. Der schwarze Reiter der Hungersnot und wirtschaftlichen Instabilität zieht durch die Straßen der Städte und Dörfer, während die Menschen verzweifelt nach Mitteln zum Überleben suchen. Die Waage der Gerechtigkeit ist aus dem Gleichgewicht geraten und die Welt versinkt in einem Meer aus Armut und Ungerechtigkeit, das die Grundfesten der Gesellschaft erschüttert. Das vierte Siegel Das fahle Pferd Ein vierter Reiter auf einem fahlen Pferd wird freigelassen. Dieser Reiter wird oft mit Tod und Krankheit in Verbindung gebracht, was auf Seuchen und Pandemien in der Endzeit hindeuten könnte. Das fahle Pferd Tod und Krankheit Dies könnte in unserer heutigen Zeit die Bedrohung durch Krankheit und Tod symbolisieren. Wir leben in einer Welt, die von Pandemien und Seuchen heimgesucht wird, die ganze Gemeinschaften und Nationen bedrohen. Von neuen und sich wandelnden Krankheitserregern bis hin zu antibiotikaresistenten Supererregern sehen wir eine ständige Herausforderung für die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Die Ausbreitung von Krankheiten wird durch den globalen Handel und Reisen erleichtert, während die Ungleichheit im Zugang zu Gesundheitsversorgung und Impfstoffen diejenigen am stärksten gefährdet, die bereits am Rand der Gesellschaft stehen. Der fahle Reiter der Krankheit und des Todes wandelt durch die Straßen und seine Berührung hinterlässt eine Spur von Leid und Verzweiflung. Die Menschen sind verängstigt und verunsichert angesichts der Bedrohung durch unsichtbare Feinde, die selbst die mächtigsten Nationen und Institutionen herausfordern. Das fünfte Siegel Die Seelen der Märtyrer unter dem Altar im Himmel werden die Seelen derer, die für ihren Glauben gestorben sind, gezeigt. Sie rufen nach Gerechtigkeit und Rache, während sie auf das Ende der Welt warten. Die Seelen der Märtyrer Gerechtigkeit und Rache Dies könnte in unserer heutigen Zeit die Stimmen derjenigen repräsentieren, die für ihre Überzeugungen und Werte gestorben sind. Wir sehen Menschen, die ihr Leben riskieren und Opfer bringen, um für Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit einzutreten. Diejenigen, die sich gegen autoritäre Regime erheben, gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit kämpfen oder für den Schutz der Umwelt und zukünftiger Generationen einstehen, werden oft mit Verfolgung und Gewalt konfrontiert. Ihre Stimmen erheben sich wie ein düsterer Chor aus der Vergangenheit. Ihre Geschichten erinnern uns daran, dass der Kampf für eine bessere Welt oft mit großem persönlichen Opfer verbunden ist. Ihre Opfer sind nicht umsonst, sondern dienen als Inspiration und Mahnung für diejenigen, die weiterhin für Wandel und Fortschritt kämpfen. Doch während ihre Seelen im Jenseits ruhen, bleibt ihre Botschaft in unserer Welt lebendig und brennt wie eine ewige Flamme, die uns dazu ermutigt, niemals aufzugeben und für das zu kämpfen, was richtig ist. Das sechste Siegel Die kosmischen Erscheinungen Es gibt ein großes Erdbeben Die Sonne wird schwarz Der Mond wird blutrot Die Sterne fallen vom Himmel und der Himmel rollt sich wie eine Schriftrolle zusammen. Diese kosmischen Phänomene symbolisieren oft das Ende der Zeit und das Gericht Gottes. Die kosmischen Erscheinungen Endzeitszenarien Dies könnte in unserer heutigen Zeit die zunehmenden Zeichen des ökologischen Verfalls und des Klimawandels repräsentieren. Wir erleben eine Welt im Wandel, in der extreme Wetterereignisse wie Stürme, Dürren und Überschwemmungen häufiger auftreten und immer verheerendere Auswirkungen haben. Die Pole schmelzen, die Meere steigen und ganze Ökosysteme stehen vor dem Kollaps. Die kosmischen Erscheinungen könnten auch auf die Bedrohung durch den Weltraumschrott und den potenziellen Zusammenstoß mit Asteroiden hinweisen, die das Leben auf der Erde bedrohen. Die Menschheit steht vor einer existenziellen Krise, die unsere Zukunft und die Zukunft des Planeten infrage stellt. Die Zeichen sind da, doch viele weigern sich, sie zu sehen oder ihnen Bedeutung beizumessen. Doch die Uhr tickt unaufhörlich und das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, wie wir auf diese kosmischen Erscheinungen reagieren und ob wir bereit sind, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um unser Überleben zu sichern. Das siebte Siegel Die sieben Posaunen Nachdem das siebte Siegel geöffnet wurde, erscheinen sieben Engel mit sieben Posaunen, die eine weitere Reihe von Katastrophen und Gerichtsstrafen einläuten, die über die Erde kommen. Diese Siegel werden oft als symbolische Darstellung der Ereignisse interpretiert, die während der Endzeit eintreten sollen, um das Gericht Gottes und die Wiederkunft Christi einzuleiten. Die sieben Posaunen Weitere Katastrophen und Gerichtsstrafen Dies könnte in unserer heutigen Zeit eine weitere Eskalation von Katastrophen und Gerichtsstrafen repräsentieren, die die Welt heimsuchen. Wir sehen eine Zunahme von politischer Instabilität, sozialen Unruhen und ökonomischen Zusammenbrüchen, die ganze Nationen in den Abgrund zu reißen drohen. Die Posaunen des Gerichts verkünden eine Zeit der Abrechnung, in der die Menschheit für ihre Sünden und Untaten zur Rechenschaft gezogen wird. Feuer und Rauch steigen auf, während die Städte brennen und die Zivilisation in Trümmern liegt. Die Meere erheben sich in gewaltigen Sturmfluten, die alles in ihrem Weg verschlingen, während die Erde bebt und sich öffnet, um die Toten zu verschlingen. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen und die Menschheit steht vor einer Entscheidung, sich dem Urteil zu stellen und um Vergebung zu bitten oder weiter auf ihrem Weg des Untergangs und der Zerstörung zu gehen. Diese Siegel werden oft als symbolische Darstellung der Ereignisse interpretiert, die während der Endzeit eintreten sollen, um das Gericht Gottes und die Wiederkunft Christi einzuleiten. Das Gericht Gottes Vielen Dank.